Nach dem Triple-Hattrick im Superglobe wird es wieder die Nummer 1 der Welt sind wir in der GTK-Arena zu hören geben. Die Feierlichkeiten werden so schnell nicht in der Bürde aufhören. Der erste Titel der Saison ist da beim SCM. Für Eisenach ist dieses Derby ein Saison-Höhepunkt. Endlich heißt der Gegner wieder SCM. Dreimal schon konnte Eisenach gewinnen, aber noch nie in Magdeburg. Mal sehen, welche Abwehrformation diesmal Micha Kaufmann spielen lässt.